Psalm 119, Vers 35 Lass mich wandeln auf den Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zu Habgier. Jetzt Vers 47 Er sagt, ich habe Lust an deine Gebote. Erfreuen wir uns heute an Gottes Geboten? Ich bin erstaunt, wie bestimmte Teile der Bibel Menschen meiden. Sie wollen nicht darüber reden, weil sie sich für Gottes Wort in dieser ehebrecherischen und bösen Generation schämen. Sie sagen, nun, ich weiß, dass die Bibel gegen Homos ist, aber Gott ist wirklich eine nette Person. Lass dich davon nicht stören. Nein, ich liebe alle Gebote Gottes. Naja, aber weißt du, die Bibel sagt uns, wir sollen nicht Alkohol trinken. Oder die Bibel sagt uns, wir sollen keinen Ehebruch bereiten. Ja, ich denke, wir sind es nicht, aber... Warum liebst du nicht die Gebote Gottes? Warum sagst du nicht, ich liebe die Tatsache, dass Gott Ehebruch verbietet? Ich liebe die Tatsache, dass er Stehlen verbietet. Ich liebe die Tatsache, dass er es Töten und Morden verbietet. Ich hasse Morde, ich hasse Ehebruch, ich hasse Sünde, ich liebe Gottes Wort. Ich liebe Reinheit und Sauberkeit und Gerechtigkeit und Frömmigkeit. Wie habe ich sein Gesetz so lieb? Wir sind darüber nach den ganzen Tag. Das sollte die Einstellung sein. Nicht, oh man, nun ich weiß, dass Gott streng ist. Nein, Gott ist perfekt. Er ist großartig. Und da Tisten sagen, was ist mit diesem Vers? Und Christen antworten, oh man, lass uns über diesen Vers nicht reden. Ich liebe es. Sag mir, über welchen Vers und möchtest du sprechen? Du solltest alles lieben. Ich liebe dritte Mose. Ich liebe vierte Mose. Fünfte Mose. Joshua. Ich liebe alles. Schäm dich nicht für Gottes Wort. Weißt du, wer sich für Gottes Wort schämen sollte? Sündige, böse Menschen. Warum sollen wir uns vor Gottes Gesetz schämen? Wir sollten uns darüber freuen und sagen, weißt du was? Diese Gesetze sind großartig. Diese Regeln sind großartig. Gott hat die besten Regeln aufgestellt. Damit wir die beste Art von Leben führen können. Willst du jetzt über dein bestes Leben sprechen? Joey Lustig muss mehr über die Gebote sprechen, wenn er möchte, dass du jetzt dein bestes Leben führen. Du willst dein bestes Leben führen? Indem du dich an Gottes Gesetzen erfreust. Gottes Wort, Gottes Geboten. Schau, Jesus Christus und was er uns gelehrt hat, was wir im Neuen Testament lesen und was wir in der gesamten Bibel lesen, alles ist perfekt. Und wir sollen es lieben. Ich weiß nicht über dich, aber wenn ich die Bibel lese, liebe ich es. Ich liebe es. Die Geschichten. Ich liebe die Geschichten. Ich liebe die Gebote. Ich liebe alles. Das möchte Gott, dass wir es tun. Er möchte, dass wir ihn nicht nur im Sinne unserer Pflicht lieben. Das ist wichtig. Sondern, dass wir ihn auch mögen. Er möchte auch, dass wir uns an ihm erfreuen. Dass wir es genießen. Er möchte, dass wir uns daran erfreuen. Ich liebe es, wie damit in Salmen so viel darüber spricht. Wir haben heute nicht genug Zeit, uns alle Stellen anzusehen, in denen er darüber spricht, wie süß Gottes Wort in seinem Mund ist. Es ist wie Honig für ihn. Es ist besser als Gold. Es ist besser als Silber. Es ist besser als Wein. Es ist besser als alles andere. Er sagt, dass Gottes Wort seine Lieblingssache ist. Er sagte, ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn ich verlang nach deinen Geboten. Deshalb ist David der Mann nach Gottes Herzen. Es ist nicht, weil er ein perfekter Mensch war. Er hat viele Fehler gemacht, oder? Weißt du, warum er der Mann nach Gottes Herzen ist? Weil er Gott geliebt hat. Von ganzem Herzen, Seele, Verstand und Kraft.